Matwing ist eine moderne Recruiting-Plattform, wo es super einfach ist, einen neuen Job im Gesundheitswesen zu finden. Und wir haben schon unglaublich viele, hunderte von Leuten in Jobs vermittelt, die jetzt sehr, sehr glücklich sind. Sprich, wir tun was Gutes. Wir kümmern uns um die Pflege, wir kümmern uns um das Gesundheitswesen generell. Genau, ich bin Krankenschwester, arbeite draußen am Patienten. Matwing in drei Worten, ausgeklammert, steile Lernkurve, familiäre Atmosphäre und sinnvolle Arbeit. Ich finde bei Matwing super das Team, die Arbeit an sich, dass man eben etwas bewegen kann. Schleimscheiße. Ich bin Alina und ich bin vergeben an Matwing. Matze, Lehmann und wir sind vergeben an Matwing. Ich bin Nicola, ich bin Nadja und wir sind vergeben an Matwing. Matwing, what else?